Wenn der Schutzmann ums Eck kommt, nimmt der Ede kreis aus, weil der Ede den Schutzmann nicht mag. Ede fischt gern im Trübe und der Schutzmann treibt's ihm aus. Rund um die Uhr, Tag für Tag. Große Haie, kleine Fische, viel Schatten, viel Licht, hier im Großstadtrevier. Große Sünden, kleine Schwächen, das wahre Gesicht, zeigt sich hier im Großstadtrevier.